und da sind wir wieder vielen dank dass ihr eingeschaltet habt jo willkommen zurück zu crashlands wir waren ja dabei wir waren dabei genau wir wollten permission machen die mission die wir angenommen haben und natürlich wird man testen wie wir das film melken können dann werden wir noch ein bisschen unsere aufrüstung aufwerten verbessern irgendwie kriegen wir ein bisschen was anderes basteln jetzt wird so dunkel schauen wir uns das ganze mal an das wird man nicht wir können sogar was basteln schauen wir haben ja genug materialien haben wir alles noch hier kann wir an bauen uns erst mal gut dann hier noch eine komische rüstung aber cool sind noch ein paar fans gucken wir mal so schön ist haben weiß glaube ich es wäre da ja grün die farben und so weiter sie selber ist das mist ist das heißt wir müssen weiter probieren aber nicht genug materialien muss man noch ein bisschen farmen dann ist auch hier auch wieder weiß ja kein glück aber wir haben nichts anderes und immer das doch ja perfekt richtig geil das beste was geht glaube ich außer legendary natürlich das eben was wir hier schon haben cool nehmen wir doch waren das ist doch cool jetzt sehen wir auch nicht nur cool aus wir sind richtig cool jetzt und da bauen wir noch ein paar hier sind die bomben die können wir auch mal testen dann was nicht schon gemacht haben wir haben noch nicht getestet haben wir ja nicht drin in der leiste dann machen wir das doch noch mal halt er dann machen wir wir können das doch irgendwie verschieben wir machen das mal alles noch ein bisschen cooler hier hier machen wir auch mal aus dem rein auf a sind die dinge auch nicht so den muss ich ja noch rausnehmen da war die bombis wird man auch noch mal testen ja perfekt hat das schon so rein wenn wir was wollen dann machen wir hier die fetten und hier machen wir die dinge genau 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 das sieht gut aus das ist das schön schön aus hier müssen wir noch mal neu machen das ist ja perfekt hier das ding das ist ja gar mal drauf der serker chance hat man auch noch nicht war okay und den hut den müssen wir noch mal neu machen dann ist ja mal cool aussehen aber ich dich für den bauchmuskeln fast so wie das ist hier mit dem blümchen 20 minuten berg und wie das ist auch die heilpflanze wenn wir mal jetzt hat das ja genau unser pet wort man melden unser bombi den guten bombi genau warum man da so eine meld da ach da wir setzen das aber noch mal um das sehen also noch mal zack und noch mal neu hin wir würden ja was sehen in dem geschehen eigentlich sogar genau so was hier unser cooles schild drehen verboten und das haben wir doppelt gebaut und unser trophächen also sind das cooles label das sieht doch gut aus na siehste cool so und dann jetzt da was macht er los hier das ist ja cool hat er drauf die kleine bieber das bringt auch doch schöne geräusche dazu ausmachen das zeug genauso sich das auch noch das ist das hier um mit kata sehr lustig aber ich nehme wieder mit dabei das können wir jetzt auch bauen machen schon wieder gar nicht dass wir machen wollten obwohl doch einfach mal eingebaut und er war das bringt oder wie das ist ja ein kopf stellen zusammen echt jetzt es ist Questsymbol hier. Oma? Mhm. Wie? Okay. Okay, wir müssen bei dem... Sein Altes ist ja unbefremd, dass er sich nicht noch gekommen hat. Oder wenn wir verfolgen, dann können wir das noch kurz wegrennen. Das wäre jetzt nicht. Ja. 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 und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin tschau